UNTERTITELUNG In unserem Leitbild ist verankert, dass wir ständig den nächsten Level, den nächsten Level erreichen wollen. Wir sind wie unsere Spieler, immer hungrig auf mehr und bilden sie auf Top-Niveau aus. Wir sind überzeugt, dass wenn junge Spieler den Weg hier mit uns gehen, sie unglaubliche Erfahrungen mitnehmen werden, die ihnen in ihrem weiteren Leben auf jeden Fall weiterhelfen werden. Also die besten Österreicher werden hier ausgebildet, aber auch Jungs aus Afrika, Südamerika und Asien. Also eine internationale Akademie, die auf Top-Niveau arbeitet. Unser Anspruch ist es, uns mit den Besten in Europa und der Welt zu messen. Wir haben in der Akademie, was die Technologie angeht, fantastische Möglichkeiten. Uns ist es hier in der Akademie sehr, sehr wichtig, dass die jungen Spieler sich im Internat wohlfühlen können, dass sie als Personen wachsen, dass sie ihre Mentalität stärken. Wichtig ist uns, die richtige Haltung zu haben. Das heißt, wir wollen Spaß haben, wir wollen Freude haben, wollen das aber natürlich auch mit der nötigen Seriosität und Ernsthaftigkeit betreiben. Aber uns ist einfach auch wichtig, dass wir die Spieler gesamtheitlich ausbilden, dass wir Persönlichkeiten entwickeln. Und ich glaube, Mentalität ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Unser DNA ist natürlich aggressiv und dynamisch gegen den Ball zu spielen, bei Balleroberungen schnell den Weg zum gegnerischen Tor zu suchen. Wir haben international immer wieder bewiesen, dass wir uns da durchsetzen können. Unser größter Erfolg war sicher 2017 der Sieg in der Juve League. Da haben wir Vereine wie Manchester City oder Atletico Madrid oder auch den großen FC Barcelona besiegt. Das Wichtigste an einer Akademie ist natürlich immer, Spieler zu entwickeln, die dann den Sprung in den Profifußball schaffen. Und das ist in den letzten Jahren wirklich großartig gelungen. Und darauf kann die Red Bull Fußball Akademie wirklich sehr, sehr stolz sein. Dassel bod ولا 아직 auch stimmt, oder? Ach, dassel